Thomas Gottschalk und seine Carina verbringen einen romantischen Urlaub zusammen. Dieses süße Pärchenbild postete der Entertainer Ende Mai 2023 auf seinem Instagram-Account und schrieb neckisch zu der Aufnahme. Ich hab ihr die Yacht versprochen, sie hat das Elektroboot bekommen. Carina dürfte die Zeit mit ihrem Liebsten dennoch genossen haben. Untertitelung des ZDF, 2020